Servus Leitz, willkommen zum neuen Duell. Heute spiele ich gegen meinen Freund, den Skyliner. Und er meint, er zieht mich hier voll ab, aber ich hoffe, dass ich ihn blatt mache. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal so los und so. Wird lustig, wird lustig. Ja, ich hoffe doch, aber irgendwie habe ich hier keinen Startbutton. Wieso hast du keinen Startbutton? Ich habe einen Startbutton. Ah, sehr schön. Gut, ähm... Hm, Sachs. Nein! Okay. Mal so eine Frage nebenbei, wie sieht denn jetzt meine Kartenrückseite bei dir aus? Äh, das ist komplett dein Gears of War-Deck, ja. Ja, saugeil, so soll es ausschauen. Ich habe einfach so hessische Texturen, die schon vorgegeben waren, angegeben. Ja, ich sehe bei meinen Gegnern das originale Yu-Gi-Oh! Kartenrückbild. Die Kartenrückseite. Habe ich eingestellt. Wer ist denn dran überhaupt? Ich oder was? Ja, du bist da nicht gerade schon die ganze Zeit so, weil ich habe dich erst im Zug machen lassen, weil du scheinbar sehr enttäuscht gewesen warst. Hm, ich habe es gar nicht gecheckt. Ja, ich bin so, hörhut. Brauchte halt mal ein bisschen Zeit heute. Ja, ich muss gucken, was ich erst mal spiele hier. Ja, ich sehe, ich muss bei mir leider eine andere Schriftart eintun, weil bei mir sind diese Felder hier leer, wo die Phasen drinstehen. Oh, eine verdeckt. Noch eine verdeckt. Noch eine, okay. Joa, wie gehe ich nochmal aufs nächste Runde? Ach, echt? Ja, gut. Ja, schon gut. Okay. Wenn das funktioniert, wieso kann ich das nicht machen? Achso, weil das kein normales ist, oder wie? Jetzt fängt das wieder an, dass du mich nonstop abfragt, was ich denn bitte alles machen möchte. Ja, das ist voll nervig, aber... Ah... Oh ja, das mache ich, das ist cool. Zum... Nein, der hat vielleicht was dagegen. Ach, ne... Drecksack-Sau. Ja, so bin ich. Mensch, ich muss gerade gucken, was ich hier rauswerfe, ist alles relativ interessant. Ja, das ist immer so eine schwierige Entscheidung. Ach, meine Karte ist trotzdem rausgefasst, finde ich scheiße. Ja klar, in zwei Runden kriegst du sie. Ah ja, stimmt, ich dachte gerade, die haben auf den Friedhof geflogen. Tun gut. Äh, was habe ich sonst noch so... Aber die nützt dir bis jetzt nichts. Ah, die ist hässlich. Aber was geht denn jetzt? Ja, ich habe mir halt ein paar Gedanken gemacht. Ja, ich habe gestern mit einem Spitzel mit richtigen Karten gespielt und der hat voll die Assi-Taktik gehabt. Und zwar hat der eine Fallenkarte gesetzt, dass Monster mit einer ATK von 1500 oder höher nicht angreifen können. Und er konnte nicht kämpfen, ich konnte nicht kämpfen. Und er hat mich dauernd mit Zauber- und Fallenkarten, die meine Life-Points-Borunde verringern, hat er mich dann schlussendlich down gemacht. Boah, das ist Assi. Boah, bist du Assi. Ja, so bin ich. Boah, du Schwein. Im nächsten Zug wärst du so weg gewesen. Jetzt hast du mein schönes Monster auf dem Friedhof geknallt. Wird noch öfter passieren. Oder ich hole es mir jetzt. Nein, ich kann es mir nicht holen. Dann hole ich mir das hier. Oh, ich sehe gerade schon, was du da hast. Ich frage mich, warum ich mir den nicht holen kann. Müsste doch gehen. Ja, ja, gut, jetzt kann ich nichts wirkliches machen. Das ist jetzt ärgerlich. Gerade nur Scheiße gezogen. Ja, ich habe auch hier keine gute Hand. Ich habe ein Gefühl, das wird ein langes, langes Duell. Ja, wäre nicht schlecht. Dann lernt man wenigstens was. Ja, zumal ich denke mal, du hast da irgendwie voll die miesen Karten am Start, warum will ich mich nicht angreifen? Hm, ja, könnte sein durchaus. Was habe ich da, da und da? Hm, ja. Ich mache mal gar nichts hier. Ach, den kenne ich. Ja. Danke. Bitte. Bitte. Ich habe hier gerade nebenbei ein kleines Speicherplatzproblem. Das sollte man dann nebenbei beheben? Ja, ich bin dabei. Während ich jetzt hier aufnehme, verschiebe ich, was war denn das denn so? Ich bin dran, gell? Ach, ich habe gedacht, du würdest es mitkriegen, du. Boah, jetzt leckt es natürlich. Weißt du, was mega nervig gerade ist, ist, dass du nur Verteidigungsmonster hast. Tja, musst du halt mal angreifen. Wenn es bei mir jetzt nicht so lecken würde, das ist voll kack jetzt hier. Ja, gut. Dankeschön. Immer wieder gerne. Dun-dun-dun-dun-dun. Dun-dun-dun. Überlegst du, was du jetzt machst oder was machst du jetzt gerade? Ja, ich bin am überlegen. Ei, ei, ei. Das gefällt mir doch. Das war jetzt so eigentlich gar nicht geplant, aber ist egal. Ja, ne? Müsste ich nicht eigentlich langsamer meine Sarkophad-Karte bekommen? Die hast du schon. Nein. Die ist nicht mehr weg. Die hast du schon. Ja, ist da echt dumm gerade. Ich hasse es, wie man immer auf ein oder zwei Karten wartet, ne? Ja, das ist fies. Das geht drei Runden so. Ach, du bist eine Ratte. Das ist meine Crash-Karte, Alter. Mein Kartenvernichtungs-Virus. Ich bin auf der Straße. wieder Damit hatte ich gerechnet. Hattest du das? So ziemlich, ja. Boah! Bist du behindert? Warum? Die Karte ist ja krank, Alter. Welche? Die hast du da gezogen. Inferno Tempest. Wie sie jetzt heißt, weiß ich nicht. Die mir 3000 Schaden und verbanne alle Monster. Ja, genau das Inferno Tempest. Habe ich dreimal. Zusätzlich habe ich DD Dynamite. Das heißt, jede Karte aus dem Spiel entfernt kriegt du 300 Schaden. Habe ich auch dreimal. Die ist ja voll heftig. Plus ich habe ja noch diese 1000 Lebenspunkte pro entfernte Karte. Das heißt, ich hätte mit allem drum und dran 66.000 Lebenspunkte und du wärst tot, wenn es aufgegangen wäre. Eieiei. Hübsch. Ja, ne? Ich finde, damit kann man arbeiten. Ja. Aber ich muss auch sagen, die Karte habe ich gestern erst in der Serie, glaube ich, gesehen. Weil ich gucke mir ja die Originalserie von damals an. Und da kam die gestern, glaube ich, auch vor. Die ist voll assi, diese Karte. Alle Monster weg. Ei. Was ist das? Und ich aktiviere den Effekt. Und dann beschwöre ich mir das hier. Ich war gar nicht so sexy, die Idee. Vor allem, weil du nichts beschweren kannst. Ist stark ärgerlich, ja. Ich zwar auch nicht, aber ich muss nichts beschweren. Gerade nicht, nein. Mir reicht das, was ich... Was ich jetzt hier so habe. Aha. War eine nette Runde. War ein schönes Match, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, gellett. Also, wenn du nochmal Lust hast zu verlieren, sagst du Bescheid. Ja, auf jeden. Ich werde mir jetzt dann auch mal das Replay so anschauen und gucken, was du so für Karten auf der Hand gehabt hast. Und werde das Spiel alienisieren und werde mir eine neue Taktik geben. Ich werde mich gegen dich einfallen lassen, du Sauhaut. Mach das. Ja, also bis denne. Ich hoffe sehr. Jo, war lustig.